Wir sind heute in Al-Marsch und da werden wir 40 libanesische Familien beliefern, weil sie leben wirklich am Existenzminimum. Und für sie haben wir auch 40 Lebensmittelpakete und 2 kg Fleisch pro Familie vorbereitet. Ich danke euch vielmals für eure Spenden. Spenden weiter, damit wir den Menschen helfen können. Spenden weiter, damit wir den Menschen helfen. 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 Spenden hot, damit wir den Menschen helfen. Ich dachte, schau wieder den Menschen, der Menschen hilft, was dieゴ encontramos. Spenden weiter, damit wir den Menschen helfen. Bis zum nächsten Mal.